Conor McBregor hat Geburtstag und deshalb gibt es ganz besondere Geburtstagsglückwünsche von der UFC. Und damit herzlich willkommen hier bei Kampfgeist MMA. Die UFC hat es tatsächlich getan. Die UFC hat ein Format, das nennen sie Muted. Und in diesem Format veröffentlichen sie Files und Finishes ohne die Kommentatoren. Das heißt wirklich nur das, was die Kameras aufgezeichnet haben aus dem Fight, vom Referee, von den Fightern und so weiter und so fort. Ein super geiles Format für jeden UFC-Fan. Und jetzt gibt es natürlich wirklich zu McGregors Geburtstag die Muted-Aufnahmen von McGregor vs. Khabib. Und ich habe mir mal meine Favorites oder die Highlights, die es halt gab in diesem Fight, rausgepackt. Eine Sache sollte natürlich dazu gesagt sein. Leute, es wird weder McGregor vorbeikommen, wenn ihr euch jetzt in den Kommentaren mit Khabib streitet und euch eine Medaille verleihen. Denn genauso wenig kommt Khabib vorbei und verteilt euch eine Medaille, weil ihr McGregor-Fans beleidigt. Streitet euch ja nicht gegeneinander. Das ist das alles. Ich fand diese Aufnahmen total unterhaltsam. Ja, ganz egal, wen man damals gewinnen sehen wollte. Ich habe Khabib noch nie mit so viel Hass in sich gesehen. Und deshalb starten wir auch einmal direkt. Einmal nach dem Rundenende sagte Mahatscheps zu Khabib. Khabib, er stirbt gerade. Guck ihn dir an. Guck ihn dir an. Er stirbt gerade auf dem Stuhl. Und Khabib dreht sich um. Und Mahatscheps sagt zu ihm, er konnte nicht mal mehr laufen. Und Khabib nickt ihm nur so zu im Sinne von, was los, was los. Und nennt ihn dann eine fucking Piep. Gegeben, diese Pleinigung hat Khabib mehrfach rausgehauen. Was die Ecke jetzt so zu ihm gesagt hat, fand ich jetzt nicht ganz so spannend. Es war ja viel Strategie und viel, was er machen soll. Es wurde einige Male Herb Dean angebrüllt, weil McGregor viel gecheatet hat in dem Fight. Das heißt, an den Shorts gezogen, seine Zehen in den Käfig reingedrückt. Es gab eine Szene auch hier, da hat Herb Dean gesagt, Conor, pass auf, deine Zehen auf. Und was macht McGregor? Er nimmt sie kurz weg und hängt sie wieder rein in den Käfig. Das ist verboten, genauso wie ein Finger im Käfig. Und es ist die traurige Erkenntnis, McGregor sagte nicht, it's only business. Es war keine Entschuldigung von McGregor im Fight gegen Khabib. Es sind keine Untertitel, bei dem Satz sind keine Untertitel dabei. Die UFC lässt uns unserer Fantasie freien Lauf. Ich verstehe aber mittlerweile vor allem nach diesem Clip, it's only kisses. Also McGregor beschwert sich, dass er halt nur am Kuscheln ist, quasi only kisses und nicht it's only business. Und der vielleicht heftigste Moment im gesamten Fight war. Und eine Sache, die wir wirklich nicht gehört haben vorher, wir wussten ja vorher, dieses Let's talk now, hey, let's talk. Das haben wir sogar im Fight gehört. Und jetzt kam raus, als Rabib McGregor gechokt hatte. Und als McGregor abgeklopft hat und Rabib aufgestanden ist, hat er einmal richtig mies auf McGregor gespuckt. Dieses Hawk-Tour-Meme, kennen wir ja alle, das ging ja viral auf Social Media. Alter, original, Rabib hat den echt fies angerotzt. Schreit ihn noch auf Russisch an, hey, I fucked you up, hat er gesagt. Mehrmals, I fucked you up. Und dann noch das B-Wort, also einige Beleidigungen dabei gewesen von Team Khabib. Und ich muss sagen, ein bisschen kannst du ja auch nachverstehen, dass Khabib einfach rent-free immer noch in McGregor lebt. Denn Conor wurde schlussendlich jetzt abseits von der ersten Runde hin schon ziemlich gut vermöbelt. Und dann kommt dieses Let's Talk und hey, ich hab dich platt gemacht. Und dieses Angespucktwerden in einem Fight, das ist schon heavy. Das ist wirklich heavy. Und eine Sache, die dein Ego wahrscheinlich auch einfach nicht loslässt. Und natürlich willst du da irgendwie dann auch deine Rache. Trotzdem ist es wirklich krass, dass die UFC das einfach zu McGregors Geburtstag gepostet hat. Ja, und wir sehen halt auch wieder bei McGregors Ecke, da wurde jede Aktion gelobt. Und erste Runde, super. Ey, keine Sorge, Conor. Nach der ersten Runde, keine Sorge, Conor. Das war die beste Runde, die er überhaupt liefern kann. Ab jetzt wird's besser für dich. Ja, Quatsch mit Soße. Na, was redet man ihm denn da auch ein? Ich meine, klar, was willst du ihm denn sonst sagen? Kannst du mir auch nicht jetzt auf dem Stuhl sagen, ach du Kacke, ich glaube, wir werden heute Nacht gesmasht. Aber immer wenn Khabib wirklich gut war und gute Aktionen gebracht hat und die Runde dominiert hat, gab es halt so gefühlt immer eine Rechtfertigung. Hey, so schlecht war es ja gar nicht. Nächste Runde wird besser. Aber der Fight ist gelaufen. Sechs Jahre ist der Fight dieses Jahr her. Ja, wir haben 2024, 2018 war der Fight. In drei Monaten sind es einfach mal sechs Jahre. Und jetzt hat die UFC die Aufnahme veröffentlicht. In diesem Clip seht ihr übrigens, wenn er bis zum Schluss dran bleibt, auch Pereira versus Prohazka muted und Jack Della Maddalena versus Gilbert Burns. Aber wir an McGregors Geburtstag, wir wollen natürlich vor allem die Aufnahme von Conor gegen Khabib sehen. War das für euch noch? Wusstet ihr, dass Khabib McGregor so angespuckt hat? Für mich war es komplett neu. Ich habe nicht gedacht, man hört richtig dieses Rausgespucke da. Fand ich krass. Fand ich krass. Und so ein bisschen kannst du natürlich dann auch McGregor verstehen, dass der da unbedingt seine Rache will und ein bisschen gefrustet ist, weil er sie nicht bekommt. Aber ich bin auf eure Meinung gespannt. Schreibt sie mir gerne unten rein. Dieses Video wurde natürlich von meinem Partner Monster Energy unterstützt. Danke für euren tollen Support. Lasst gerne einen Daumen hoch und ein Abo da, wenn euch dieses Video hier gefallen hat. Und damit bis zum nächsten Mal.